Moin Leute, was geht ab? Ich hoffe euch geht es gut. Wir schauen in den Fortnite Shop rein. Erstmal ganz rechts die Sachen kennen wir, die sind schon länger drin. So, schauen wir mal. Du, kommt schon. Auch nice. Krasser Spalter. Ja, der ist schick. Hast du ein 0815? Obwohl, süß denn. Erinnert mich an jemanden. Der ist nice. Okay, dann kann man machen. Das ist ein bisschen creepy. Der Gleiter ist geil. Den Gleiter habe ich schon mal gesehen. Den gab es schon mal. Der ist nice. Alter, what the fuck. Der sieht böse aus, ganz ehrlich. Das finde ich zum Beispiel zwölf auf die Spitze. Zack, das ist krank. Die gehen immer. Sowas geht halt immer. Von solchen Dingern hat man auch gefühlt einfach schon 15, weißt du. Und auch dasselbe. Schwerte gehen halt immer. Aber davon hat man auch gefühlt jedes Mal 5 Stück im Battle Pass. Die finde ich gar nicht schön. Null. Der Rucksack ist geil. Der ist stabil. Die 5 Stück. Ich mag so Gleiter, die nicht so standardmäßig sind, weißt du. Nicht diese komischen Vierecke. Wie viele Schwerte, alter. Also die beiden. Wenn ich jetzt welchen Claim haben sollte, dann nicht. Habe ich keinen. Hol ich mir den gleich. Und der wird eingepackt. Das ist so ein Deal. Wir schauen, wenn ich einen Claim kriege, dann nicht. Ihr Liegen. Bleibt gesund. Wir sehen uns heute Abend. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.